Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play... Ich wollte schon sagen Minecraft Deponia. Zu Let's Play Deponi... Was machst du denn? Da ich auch noch so reden, danke. Zu Let's Play Deponia... So... Ich weiß natürlich, ob es jetzt in dieser Folge schon ist, aber... Das, wovor ich mich schon so lange gesträubt habe, musste ich jetzt leider doch noch aktivieren. Ich habe bei meinem Kanal jetzt die Monetarisierung nochmal aktiviert, damit ich auch diese schöne Copeland-Funktion habe. Und... Ja, ich frage jetzt gar nicht, was er vorhat, aber... Naja, um halt die schöne Weihnachtszeit zu überbrücken, und da ich nicht jederzeit so ein Video freischalten kann... Und wie gesagt, den Kanal was aufrechhalten... Alter, hör auf zu schlafen! Ich möchte den Kanal ja auch am aufrechhalten, also musste ich mir irgendwie dafür sorgen, dass die Videos rechtzeitig kommen, und da ist mir halt wirklich nur diese Geplant-Funktion eingefallen. Aber na gut, kann man nichts machen. Früher oder Schwerter hätte es passieren müssen. So, wir müssen jetzt dafür sorgen, wir haben in der letzten Folge den Koffer gepackt. Jetzt wird es aber mit Zeit, dass wir langsam mal die ganze Station hier ans Laufen kriegen. So, tun wir doch mal den Koffer ins Staufach. So, und wohin jetzt damit? Ins Staufach. Mist, die Batterie besetzt das Staufach. Oh, ich habe doch Probleme. Können wir die Batterie rausnehmen? So, und nun? Tun wir den Koffer ins Staufach. Na geht doch. Äh, wollen wir jetzt mit Batterie? Wenn ich den Sitz ausbauen würde, könnte sie dahin passen. Aber wie hält sie dann? Und wichtiger noch, wo soll ich sitzen? Äh, wir haben hier so einen wundervollen Schraubenschlüssel. Können wir da mit dem Sitz abschrauben? Wäre das was? Ach, ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt habe. Ich glaube nicht. Aber ich habe jetzt nochmal nach der letzten Folge, was mir so wirklich laut vorkam, das Spiel nochmal ein bisschen leiser gemacht bei mir. Auf den kann ich vielleicht am ehesten verzichten. Ja, komm, wenn du in so einer holprigen Flug kannst du auch einfach mal so ein bisschen stehen, ne? Können wir die Batterie jetzt da draufstellen? Ja, wie hält sie denn? Und wichtiger noch, wo soll ich sitzen? Ja, auch nur Probleme. Hiermit können wir noch nichts machen mit der Pone. Bedienungstafeln und, äh, sprechen wir nochmal mit Wenzel. Vielleicht hat er ja ein paar Tipps. Hallo Wenzel, kleiner Freund. Hey Wenzel, was gibt es? Schon ein Zeichen vom Organon? Nope, aber sie werden da sein. Der Organon ist immer pünktlich. Nicht umsonst stellen wir unsere Rathausuhr nach ihnen. Ähm, ja, was ich mal so fragen wollte. Was weißt du eigentlich sonst noch so über den Organon? Was weißt du sonst noch über den Organon? Genauso wenig wie du. Also eigentlich nichts. Genau. Sie sind so undurchsichtig wie unser Grundwasser. Gut, dass sie uns in Ruhe lassen. Aber, um ehrlich zu sein, Wenzel, ich bin eigentlich hier, um dir zu sagen. Mach es gut, alter Knabe. Mach's gut, Wenzel. Du warst immer ein treuer Gefährte. Mein Freund. Mein Helfer. Mein Sidekick. Ich war dein Sidekick? Ich dachte immer, du wärst mein Sidekick. Was? Ja, ich bin... Ist es mir klar? Du bist sicher traurig, dass du nicht mit kannst. Du bist sicher traurig, dass du nicht mit kannst. Aber lass uns nicht wehmütig werden. Ähm, keine Sorge. Immerhin hast du mir deine Sachen versprochen. Ein kleines Trostpflaster für diesen enormen Verlust. Ja, ich meine, wo wir hingehen. Da brauchen wir nicht in all diese weichlichen Güter. Ich meine, es gibt doch auf Elysium unendlichen Reichtum. Glaubst du doch auch, oder? Glaubst du auch, dass es in Elysium unendlichen Reichtum gibt? Ich bin eigentlich ganz zufrieden mit dem, was ich hab. Tja, aber ich werde viel mehr davon haben. Mein armer, armer Wenzel. Ja, wir werden so viel haben. Und wir werden auch nie wieder arbeiten müssen, oder? Glaubst du auch, dass in Elysium niemand arbeiten muss? Moment mal. Du arbeitest doch auch jetzt nicht. Ich sag ja, ich gehöre dahin. Ja, wir sind wie perfekt dafür. Ich meine, auf Elysium, da muss es doch die schönsten Frauen überhaupt geben, oder? Glaubst du auch, dass die elysianischen Frauen die schönsten überhaupt sind? Ich habe eigentlich nie verstanden, warum du nicht mehr mit Toni zusammen bist. Und darum wirst du auch für immer in diesem Karten gehen. Ich habe Besseres verdient, als mir ständig Vorträge über Faulheit und Unzuverlässigkeit anzuhören. Wegen des Plans. Ich hab da noch so ein paar Fragen, auch wenn es mein Plan ist. Wegen des Plans. Gibt es Probleme? Probleme? Nein. Nein, nein, nein. Der Plan ist perfekt, aber... Wo soll ich denn die Batterie hier eigentlich hin tun? Auch wenn der Plan perfekt ist, aber ich weiß nicht, wohin mit der Batterie. Wohin bloß mit der Batterie? Hättest du nicht vorher daran denken können, ein Schach oder so einzubauen? Ich hatte andere Sorgen, okay? Du hast den ganzen Nachmittag geschlafen, während ich das Teleskop montiert habe. Ich muss fit sein, wenn ich nach Elysium komme. Klar musst du das. Noch was? Ja, was passiert denn eigentlich, wenn ich alles verstaut habe? Was passiert, wenn ich alles verstaut habe? Dann warten wir auf den Organalkreuzer. Sobald er da ist, zündest du die Lunte an und nicht siehe ab in die Kanzel. Du hast die Harpune doch kalibriert, oder? Noch nicht, aber dafür ist ja wohl noch Zeit. Puh, wenn du meinst, also packen, kalibrieren, Lunte zünden und puff, katapultiere ich mich in die azurene Bläue der oberen Sphäre. Naja, zumindest besteht die Chance, dass der Magnet den Kreuzer trifft, aber... Nichts aber. Diesmal wird alles klappen. Ich werde es dir zeigen. Ich werde es allen zeigen. Es wird auf jeden Fall sehenswert. Noch irgendwelche Probleme? Diesmal wird es klappen. Da bin ich mir ganz sicher. Diesmal wird es klappen. Ich weiß es einfach. Klar rufe ich. Natürlich. Aber ganz ehrlich, Wenzel, wenn es nicht wirklich statt wir Probleme haben, es gibt keine Probleme. Wieso denn überhaupt? Keine Probleme? Wieso? Natürlich nicht. Wie komme ich bloß darauf? Entschuldigung, da muss ich mal ganz kurz einen Schluck trinken. Aber jetzt, wo wir dich mal so ein bisschen ausgekutscht haben, habe ich ganz ehrlich keinen Bock mehr auf dich. Mach mich mal wieder an die Arbeit. Ich mach mich dann mal wieder an die Arbeit. Besser ist das. Du hast nicht mehr viel Zeit. Ja, das stimmt schon. Wir müssen auch immer noch die alte Batterie irgendwo verstauen. Ich würde sagen, schau dann mal im Haus, ob wir da noch irgendwas haben. Hm. Sieht nicht so aus. Nee. Nein. Nee, 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 nee. Gehen wir doch erstmal vor das Haus. Ah. Das ist so ein wundervoller Briefkasten. Oh, hallo, Haneck. Sprechen wir doch mal mit meinem Kumpel. Hallo, Haneck. Hi. Ähm. Na. Hofus. Ach, ich bin so schlecht mit Namen. Ach, ist der Tunnel etwa wieder gesperrt? Ist der Tunnel etwa wieder gesperrt? Jo. Es gab einen Einsturz im Sektor 7. Schon wieder eine Schrottlawine? Dieser ganze Müll geht mir so auf den Senkel. Gut, dass ich bald hier weg bin. Ach. Bist du das? Oh, ja. Naja. Zumindest nicht durch diesen Tunnel. Da hat der Mann recht. Aber hast du Toni irgendwo gesehen? Hast du Toni irgendwo gesehen? Toni? Groß, grantig, speit Feuer. Eine Ex-Freundin. Ach, Toni. Die ist doch bestimmt in ihrem Laden. Und muss arbeiten. Wie jeder andere Mensch. Anwesende ausgeschlossen. Ich werde endlich hier wegkommen, Haneck. Ich werde endlich hier wegkommen. Schon wieder einer deiner brillanten Pläne? Diesmal kann nichts schief gehen. Aber sicher. Und ich nehme mal an, dass du hier rumläufst, hat auch nicht mit irgendwelchen Problemen zu tun. Hat es auch nicht. Ist doch gut. Naja, der Plan an sich ist perfekt, aber... Naja, der Plan an sich ist perfekt, aber... Jetzt kommt es. Ich muss nur noch die Kapsel startfertig machen. Ich muss nur noch die Kapsel startfertig machen, die Harpune ausrichten, die Lunte zünden und los geht's. Aha. Und dann? Dann lenken die Raketen einen starken Elektromagneten direkt auf den vorbeifahrenden Organon-Kreuzer zu. Die Fluchtkapsel ist über eine lange Kette mit den Magneten verbunden. Sobald der Magnet erst einmal am Kreuzer haftet, kann ich die Kette über eine pedalbetriebene Winde einziehen. Ich verstehe. Und dann bringt mich der Kreuzer auf direktem Wege nach Elysium. Na, ich kann mir nicht vorstellen, wie das schief gehen könnte. Ja, der Sitzplan ist einfach perfekt. Ich hab den Sitz ausgebaut, aber wo befestige ich das nur noch, die Batterie? Das ist mein einziges Problem, würde ich nicht sagen, aber Problem. Ich habe den Sitz ausgebaut. Aber wohin jetzt mit der Batterie? Und wo soll ich sitzen? Tja, du bräuchtest so eine Art Sitz mit Batteriefest. Ein Sitz mit Batteriefach? Sowas gibt es doch gar nicht. Und ob. Ich hatte mal einen. Und er war auch ganz bequem, dass ich den Schalter gefunden habe. Okay, ich glaube, ich kriege das dann doch schon alleine hin. Ich kriege das schon hin. Sicher. Ja, ich schreibe dir dann eine Karte aus Elysium, ne? Mach's gut. Ich schreibe dir eine Karte aus Elysium. Mach das. Ja, ein Sitz mit Batteriefach. Da ist doch so ein Briefkasten eigentlich perfekt geeignet. Und meins. Gut, dann versuchen wir das doch mal. Und gehen wir mal wieder hier hinter. Können wir eigentlich mal den Prozess beim Briefkasten verbinden? Stimmt, das soll ja wahrscheinlich so reichen. Dann stellen wir es erstmal auf die Schiene. Waren wir uns gerade gar nicht mehr sicher, ob wir den Sitz brauchten oder nicht. Ja, dann machen wir den Briefkasten auf und legen die Batterie da mal da rein. Ja, dann kalibatonin wir mal die Harpuni. Oder so ähnlich. Hauptsache, das Fadenkreuz zeigt gleich auf die Bahnstrecke und ich bin weg. Ha, das wird ein Kinderspiel. So, und damit kommen wir auch schon zum ersten Minispiel bei Deponia. Oder Rätsel oder wie auch immer. Wir müssen jetzt hier dieses Fadenkreuz auf diese wundervolle Schiene produzieren. Wir könnten das Ganze überspringen oder verlassen und später versuchen. Aber, ne, 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 ne. Versuchen wir. Auf jeden Fall sind die beiden Teile gesperrt, aber wir versuchen das. Geben wir doch erstmal nach unten links. Doof. Ähm, ja. So. Oh, das ging schnell. Bin ich ehrlich. Ich bin echt überrascht. Positiv. Oh. Oh, lala. Hallo, Rufus. Toni, musst du hier so rumschleichen? Das ist immer noch mein Haus. Du erinnerst dich? Oh. Es ist nicht mehr ganz so offensichtlich, seit jemand den Briefkasten gestohlen hat. Ähm. Aber das bringt mich auf etwas. Ich soll dir diesen Brief geben. Ein Brief? Rufus. Es wird langsam Zeit. Ja. Und wie. Sorry, Toni. Aber der Zug ist abgefahren. Sobald die Lunte brennt, bin ich für immer aus deinem Leben verschwunden. Schön wär's. Jetzt bereust du sicher einiges von dem, was du gesagt hast. Jetzt bereust du sicher einiges von dem, was du gesagt hast. Stimmt. Angefangen bei, du kannst ja trotzdem bei mir wohnen. Dies ist der finale Abschied. Dies ist der finale Abschied. Zum Jubeln ist es noch zu früh. Nichts von dem, was du sagst, kann mich jetzt noch aufhalten. Nichts von dem, was du sagst, kann mich jetzt noch aufhalten. Ein Glück. Dann kann ich zumindest nichts Falsches sagen. Es ist zu spät. Du kannst mich noch so sehr bitten. Ich werde dich nicht mitnehmen. Es ist zu spät. Du kannst mich noch so sehr bitten. Ich werde dich nicht mitnehmen. Kann ich das schriftlich haben? Klar. Warum bist du hier? Warum bist du hier? Hast du etwa immer noch Hoffnung, dass ein Wunder geschieht? Ein Wunder wäre es, wenn du tatsächlich endlich verschwendest. Aber wenn es wieder einmal nicht klappt, sehe ich wenigstens, wie du dich verletzt. Ich gehe fort. Für immer. Ob ich muss sagen, eine wundervoll reizende Frau. Ich kann gar nicht verstehen, warum wir sie fassen haben. Ich gehe fort. Für immer. Ich habe aufgehört, darauf zu hoffen. Gut, dann würde ich sagen, es ist soweit. Wir nehmen das Schweißgerät und zünden die Lunte an. Jetzt wird's spannend. Und vor Rido. Nix wie in die Kapsel und auf geht's nach Utopia. Der Organon-Kreuzer. Ah ja, vielleicht sollte ich mal den Brief lesen. Sehr geehrter Herr... Wir freuen uns, sie bla 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 bla. Kommt mal zum Punkt. Leider verzögert sich die Lieferung ihrer Schrauben um ein paar... Hasebossen, Babelschusen. Beiliegend finden sie noch einen Gutschein für eine Schachtel Mücken. Wir bitten, die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen. Mit freundlichen Grüßen. Moment mal. Schrauben? Um... 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 Wow, Autsch. Na gut, ähm, da hängen wir jetzt mal der Kette fest. Was für ein Gewurstel. Hey, und da ist ja auch mein Koffer. Er muss sich in der Kette vertüdelt haben. Nie geplant. Und zufälligerweise hat man die noch gar nicht in der Animation gesehen. Aber naja, wir werden aber in der nächsten Folge herausfinden, wo wir hier überhaupt gelandet sind. Ich habe echt keine Ahnung. Wir werden es sehen und wir werden auch herausfinden, was hier das alles für ein Schrott ist, der die ganze Zeit rübergefliegt oder was der mittlere Hebel zu bedeuten hat oder was das hier für Zahnräder sind. Das werden wir alles herausfinden in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play Deponia. Wer euch diese Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wir sehen uns dann mit mir, eurem Doshelp. Bis dahin, tschüss.